Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Er ist eine Landmarke Gelsenkirchens, der letzte verbliebene Flutlichtmast des Schalker Parkstadions. Und nun erwecken die Ultras Gelsenkirchen gemeinsam mit dem FC Schalke 04 und seinen Anhängern den Mast wieder zum Leben. Im Zuge von Umbau- und Renovierungsarbeiten auf dem Berger Feld mussten ja nach Fertigschonung der Fertigensarena die Flutlichtmasten des Parkstadions einer nach dem anderen weichen. Was blieb, war der Mast, dessen füßten sich damals der Block 5 der damaligen Heimstätte des S04 befand. Für jeden, der über die Autobahn A2 nach Gelsenkirchen reist, schon aus der Ferne deutlich zu erkennen. Die Flutlichtelemente des Masts sollen nun aufwendig restauriert werden, so dass sie wieder in Betrieb genommen werden und bei Nacht erstrahlen können. Für ganz Gelsenkirchen erkennbar und hell erleuchtet. Warum die Finanzierung für die Restauration zu ermöglichen, verkaufen die Ultras Gelsenkirchen deshalb ab sofort ein Parkstadionsschal im Oldschool-Design. Dieser wird dann den 23. Februar wöchentlich vorerst mittwochs und freitags von 17.30 bis 19 Uhr im Tabakladen auf der Kurt-Schumacher-Straße für 15 Euro zu erwerben sein. Ein Versand wird das aus logistischen Gründen vorerst nicht geben. Also irre Aktion der Ultras, gemeinsam mit dem Verein diesen Flutlichtmasten wieder zum Leben zu erwecken, auf jeden Fall eine geile Idee. Weil es ist ja wirklich so, wenn du von der A2 kommst, siehst du schon frühzeitig, ey yo, da ist das Parkstadion, da beginnt die Schalker Welt und deswegen wäre es natürlich schon was, wenn der wieder erstrahlen könnte. Es ist aber wirklich, und das darf man nicht vergessen, ein ambitioniertes Projekt, das eben mit den Schals hinzubekommen, dass man damit auch eine wirklich große Summe zusammenbekommt. Also wer in Gelsenkirchen vor Ort ist, wer generell auch mal da ist und sich einen Schal kaufen möchte, geht gerne mal im Tabakladen vorbei in der Kurt-Schumacher-Straße mittwochs, freitags 17.30 bis 19 Uhr und dann holt euch vielleicht so einen Schal. Ist auf jeden Fall eine geile Aktion, aber es braucht wirklich auch einige Supporter dafür. Eure Meinung dazu, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.